Gut. Genügend Schätze haben wir auch. Nehmen wir mal so einen mit. Kasteln noch einen Schwer, einen Priester und einen von den Dicken. Was ganz genau aufgeht. Und derweil schicken wir mal Top 1 und 2 hier rüber. Sehr schön. Oh, ich sehe, dass du einen neuen Minion getötet hast. Dieser ist leicht zu duplikieren. Du solltest ihn sofort aufzumachen. Was denn? Wer denn? Wo denn? Ich hab gar nichts gemacht. Oh. Rekke. Ah, okay. Der hat mehr 7 als der Berserker. Hat auch etwas mehr Schaden. Mehr Rüstung. Aber wird mit Material beschworen. In dem Fall jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja, ich hab so das Gefühl, die Berserker haben langsam ausgedient. Gut. Gehen wir wieder uns erholen. Ah, da füllt sich die Anzeige. So Jungs. Abmarsch. In den Kampf. In den Kampf. Ei, ei, ei. Die hauen aber ganz schön drauf. Muss ich ja mal sagen. Die haben aber überhaupt da einen gekillt. Ah. Einen Speer. Da gibt's keinen Speer mehr. Fertig. So. Dann haben wir die Berserker mal durch Rücken ausgetauscht. Und haben jetzt einen Trainingsraum. Gut. Dann bauen wir gleich noch den Weg hier rüber. Und schauen uns das hier jetzt nochmal an. Also Gegenstände herstellen. Achso, das ist hier oben. Wir haben eine Werkstatt. Auch gleich mal reparieren. Ohja, und die Jungs, die trainieren jetzt. Weil sie Level 1 sind. Und dann können wir die Rüstungen upgraden. Das ist natürlich auch nicht mal blöd, würde ich sagen. Also. Nehmen wir mal hier. Top 3. Rüstung? In Index Dungeons Freischung. Ah ja. Verbesserte Rüstung. Ja. Hier damit. Wunderbar. So. Top 3. Was ist jetzt? Da fordert sich hier Stufe 2. Sind wir die Level 2? Die sind alle 2. Ha. Ja. Und jetzt? Du brauchst schon oder was? Also effekt technisch jetzt nicht wirklich imposant oder so. Naja. Man kann wohl nicht alles haben. Ja. Eins. Zwei. Drei. Und bang. So. Kurzer Prozess und fertig hier. Katztruhe. Wieder so ne scheiß Hexenmeisterin. Das ist alles nur vor ein paar Schätzchen. So Jungs. Eins. Zwei. Und drei. Ihr geht wieder puttern. So. Jetzt schauen wir uns mal das Ding hier an. Fallen. Die Rubenfalle. Verlang Chatannahm. Verlangst du noch die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit der Einheit um 75%, solange sie auf der Falle bleibt. Huh. Hört sich besser an. Und die anderen Sachen haben wir noch nicht. Dann gibt es doch mal hier ein paar Fallen, wenn da hier die Helden rauskommen, sollen die ja nicht unbedingt ungehindert zu uns kommen können. Kann man das doch irgendwie so machen? Nee. Okay, also jetzt habe ich kein Material mehr. Das bedeutet, Trupp 1, Material jagen und go. So, mit Top 2 und 3 denke ich mal, gehen wir langsam, aber sicher nach drüben, was ist denn das hier eigentlich? Hm, na, ein Puppelmonster auch mal. So, mit Top 2 und 3 können wir jetzt eigentlich schon... hier drüben anfangen. Was sind Sie hier? By your appearance, I'd say you're a Priestess of Krypta, suffering from an acute death wish. Well, hello to you too, Babyface. You can call me Skorazia, and yes, I'm a disciple of the Goddess of Death, though no longer a Priestess. The Sisterhood banished me, said I've grown too dark-minded and malicious. So, now you want to die because you feel rejected and alone, or are you just stupid? I'd bet on the latter. According to the first law of Uncle Grima, there is no such thing as a female who is both attractive and smart. Maybe so, but on the other hand, you make it painfully clear that men who are both ugly and stupid are no myth. Me and my scythe could decimate the whole operation without breaking a sweat. Even better. I could make that little imp of yours do the job for me. You see, I happen to own the Locket of Demonic Domination. Puh! I heard about that trinket in school. Even read about it in some dreary book by Lord Udric Razenthal. It's supposed to let its wearer control minor demons or some such. Anyway, I know that you are lying. That locket was lost during the War of the Noses centuries ago. It was, was it? Demon, play dead. Demon, slay. Puh! Well, all right. Perhaps the theories of Uncle Grima and Lord Razenthal weren't entirely watertight. So what? I am not afraid of you. Well, maybe a little. But that's not the point. You still haven't told me what you want. I'm kind of busy, hmm, executing a really awesome plan for world domination. I shan't trouble you for long. I'm here to propose a business transaction of sorts. You see, I came to Babarbia to retrieve a family heirloom that was stolen from my father by a wealthy merchant named Fartholomew Onazi. Unfortunately, he's buried in a heavily guarded chamber beneath his estate. And you want me to get it for you. What's in it for me? Well, first of all, my friendship, which is a hell of a lot nicer than the alternative. Second, I can give you the split of mine. All right. You've got a deal. But no trickery. A new power is rising. Its victory is at hand. And you don't want to get off on the wrong foot with the power of ultimate evil, do you? Yeah. You're evil, all right. Why not grow a mustache? A small square one. I'll show you the location of both the Onazi residence in my campsite, so you can call for me when the job is done. Break a leg. Or two. You're going to have him. Deathslayer, I think we must do what the priestess asks. Wouldn't want her to use that locket to make you kill me. Anyway, you can reach that Onazi fellow cellar by tunneling from our dungeon. I've highlighted where to start and suggest you head out right away. Who's to know? 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 Yeah, 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 yeah. It lights up. Huh. Okay, then we'll probably use the... Kanalisation noch einmal kurz zurück stillen. Und rein da. Die drei sind ja wohl kein Problem für uns. Na geht doch. Oh, das war ja einfach. Ja, wie, das ist einfach nur ein Recker oder was? Ach so, das ist eine Stufe 3 Recke. Okay. Naja, also, ich will mich jetzt hier nicht so verschließen oder so. Den nehmen wir gleich mal mit. Ach, schaut mal, das sind kleine Symbole. Ach, der hat schon die Goldrüstung und die Goldwaffen. Na gut, die Symbole sind aber wirklich ziemlich klein. Muss man dazu sagen. Aha, also Trop 3 von mir hat noch gar keine Rüstung bekommen. Und Trop 2 nur einer davon. Hm. Könnten wir ja mal korrigieren, ne? So, also Trop 1 für Trop nicht verfügbar. Trop 3 kann jetzt upgraden. Und Trop 2 hat die Rüstung vielleicht bereits angelegt. Ja, toll. Stimmt gar nicht. Wie sieht es mit den Fiesheitsdingern aus? Naja, die müssen wir noch mal frühstücken. Ja, also ich hätte die Helden jetzt ja mal markieren können, dass sie die in den Trainingsraum bringen oder einsperren oder so. Naja, das nächste Mal. So. Zumindest hat die jetzt schon mal das Teil bekommen. Ich frage mich jetzt nur, ist das hier für ein Level oder das wäre ja Schmarrn, würde ich sagen. Das wäre ja Sinn. Ich kann ja hier gar keine neun verschiedenen Räume bauen, das geht ja gar nicht. Hm. Ja, sechs Punkte, wir können nur noch zwei Sachen freischalten. Mehr Erfahrung. Mehr Materialkosten und mehr Erfahrung. Gut. So, dann haben wir das auch erledigt. Und hier ist soweit auch alles auseinandergenommen. Material ist da, Filze sind da. Schätze kriege ich im Moment gar nicht genügend zusammen. So, und die Jungs sind fies. Also, eins, zwei, drei. Und der Bitboss. So, dann kommt die Jungs. Rattenmenschen. Oh, es hat doch ganz gut geklappt. Ja, immer schön weiter. Vielleicht sollte ich hier beim Sound mal mal ein ganz klein wenig runtergehen mit der Effektstärke. Also, wir sollen schätzungsweise zu den goldenen, blinkenden Dingern. Die sind so schön unauffällig. So, dann können wir uns das kleiner hier. Zeichen wegen. Ja, schön. So weit, so gut. So, was haben wir hier drin? Die Rosenraum. Die kann ich hier gar nicht markieren. Oh, look at all those beer barrels. A pity my delicate stomach can't handle such liquids. Tell you what. As a child, I dreamt of becoming a smuggler. What do you say? We take those barrels to surrounding villages and force the locals to sell the beer for us. I've marked a number of locations on the world map. Send squads carrying a barrel to each site. Have them kill all hostiles and deliver a message from me, ordering the local tavern keeps to sell our beer or die. Ah, steht eine Seite in meinem Dungeon, die ich kaputt machen kann. Das war's. 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 Das war's.